Udi, gönn dir. Oh, da geht's wieder neben. Uah! Komplett Zeebeln in den Hals. Ah! Ah! Ja, nein, also... Keine Ahnung, ich will jetzt auch niemanden einen Bären aufbinden. Die Leute können sich selber anschauen, wenn das interessiert. Aber basically machen wir ein Charity-Event. Und ich mache das jetzt zum dritten Jahr in Folge. Charity-Royale heißt unsere Aktion. Und die letzten beiden Jahre haben wir halt immer vor Ort in Österreich bzw. in Wien was gemacht. Mit einem Set und vielen Leuten oder auf einer Convention oder so. Und das geht dieses Jahr logischerweise nicht, weil wir Corona haben und Lockdown gerade in Österreich. Und deswegen haben wir uns halt überlegt, was unser Plan B ist. Und jetzt machen wir praktisch einen Streaming-Adventskalender für das Ganze. Und jeden Tag streamt ein Streamer oder eine Streamerin auf seinem oder ihrem Kanal. Und macht einfach den Content, den sie oder er möchte. Und sammelt dabei halt einfach Spenden. Und ähm... Ja, Basti macht auch mit. Ich glaube, wann machst du mit am 19. 19. 19. Mach ich mit, was ich genau machen werde. Haben wir vielleicht eh schon ein paar Leute rausgehört. Aber dazu werde ich dir dann sowieso nochmal was erfahren. Aber am 19. werden wir auf jeden Fall einen besonderen und auch etwas längeren Stream machen. So, wir switchen nochmal einmal kurz auf Minecraft. Wir spielen nämlich den Baumfarm Reparatursimulator 2020. Die ist nämlich schon wieder kaputt gegangen. Und es fuckt mich langsam ab, man! Scheiß Baumfarm! Da ist schon wieder kaputt gegangen, der Schmutz. Mulm! So ein Scheiß! Ich glaube, das hier ist das Problem auch. Junge, Alter. Nee. Baumfarm Reparatursimulator 2020. Ich sag's euch, wie es ist, Chat. Mach mit Basti? Nee. Bad Wars spielen. Bad Wars spielen? Also... Batswars.. Woh-woh-woh-wo-wo-wo-ow! Ich muss weg hier! Ich hab schon mal Bad Wars mit Zino gespielt. Äh... Äh, warte... Bitte? Sabine? Hol dein Dia-Schwert. Hol dein Dia-Schwert raus. Jetzt wird gekeult, Alter. Achso, ich soll mit dem in den Netter gehen. Ja, das ist alles okay, Boy? Hm. Hä? Das ist doch nicht Chebated Song. Was denn? Hä? Das ist doch nicht Chebated Song. What the fuck? Hat er dir deinen QR-Code gezeigt oder was? You got Chebated. You got Chebated. You got Chebated. You got Chebated. Na ja. Hallo? Beni? Ja? Hat er mit Notenblocken, ähm... Er hat mit Notenblocken Chebated Song gespielt. Eigentlich glaube ich Rewe das auch. Aber einfach weil er so richtig war. Also Beni war auch vor Star Wars. Weil ich bin dreimal so halb reingelaufen, um zu gucken, ob er mich töten will. Ja, ja, das Ding ist, deswegen hab ich grad gelacht, TJ. Weil ich hab gesehen, wie du zu dir gelaufen bist. Und ich hab mich auch hingestellt. Und dachte mir so, wenn du da jetzt hingehst, gehst du safe nicht rein. Und dann hast du es echt nicht gemacht, dann bin ich dir hinterher gelaufen. Aber du bist nochmal drauf, wenn das Licht ausgegangen ist. Du bist bei Office, bei der Camp stehen geblieben und dann bist du wieder hochgelaufen, als das Licht ausging. Ich war die ganze Zeit in dir. Beni? Nein, bin ich nicht. Aber ich hab mich ab demnächst alleine gewartet. Aber war da nicht noch jemand, Rewe? Äh, Beni? Jaja, Rewe war noch dort. Aber sonst hab ich niemanden gesehen. Ich war jetzt halt grad am Ende ins Storystellen, ich hab grad getankt. War die Lines wirklich aus? Ja. Ja, hab noch gesehen. Ja, dann ist der Killer entweder der Nico oder Fiene. Hä? Was? Was redest du? Beni? Ich? Ich hab grad nur Schlüssel! Das ist das erste was ich gesagt Ich skip her, ich skip her Ich skip her, ich skip her Okay passt, alles klar Das ist so dumm Ganz ehrlich ist mir zu blöd Wirklich Wie kann man so fucking dumm sein einfach Good fucking job einfach Oh shit dog I mean Impressively It is cutting through The last one And replacing that flavor with whatever new flavor this is But you're going back in for more Er ist mental Fucking god are you serious dude Just having fun Oh no Oh no Oh no 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 Moooi What the fuck Wo ich hinwerfen will Oh mein Gott Wobei der Wurf war gar nicht so schlecht Eine Ein Fade von weiß und pink Find ich nicht schlecht Na Leute Ihr müsst es nicht nochmal sehen Wie der Golem schon guckt Es war also Oh mein Gott Flocke Naja Passiert nun mal Aber Was ist das für mein Geld Mann Oh mein Geld Mann Oh mein Geld Mann Oh mein Geld Mann Oh mein Geld Mann Im Shop Aber da waren One Diamond Group oder was Oder wo Nein hier wahrscheinlich Ja Probable hier Ah ja Ja aber wo muss ich jetzt Ich will Hoffentlich stimmt das Du wie das sieht so flashig aus hier durchzufahren Realzeug Ich finde es richtig cool Ich habe Ich habe Fiene gekillt Hä Was Was Amo was sollte das jetzt Digga Das war übelst der schlechte Joke Weil Reefers einfach gekillt hat Während wir gar nicht klar waren Ja ich wollte gerade sagen Digga Ich wollte dich gerade sagen Warum mit Reefers Warum überlegst du überhaupt Mann ich hasse wenig Craft Leute Weil der vermisst alle Oh nein ich bin nicht müde Hahahaha Fini Hi Simon Weißt du mich? Hallo Fini du bist eine kleine Maus Junge Simon Fini Warst du AFK? Ich war AFK ja Liegt dir eine Leiche hast du ihn umgebracht? Komm sag die Wahrheit Habe ich nicht Ok ich find die Ah mein Gott Hahahaha Hahahaha Hahahaha